Oh mein Gott, ich glaube, ich bin nicht hoch genug gerankt im No-Bild, kann das sein? Wahrscheinlich musst du den Goldrang in Null-Bauen erreicht haben, das fasse ich nicht. Dick, als ob man ein Goldrang sein muss. Ja, doch, man muss ein Goldrang sein. Aber ich dachte doch, das ist ein Bauen-Cup, hä? Null-Bauen bockt auch gar nicht. Naja, wir können trotzdem uns kurz in Gold rein spielen. Für die nächsten Cups, I guess. Boah, die sind aber auch echt alle scheiße, ne? Das ist, weil die alle Boss sind, ne? Nee, das ist, das ist bugged. Das ist, das sind, spielt man hier gegen Bots? Am Anfang glaube ich schon. Aber ich dachte, in Ranked ist das nicht so. Egal, vielleicht reicht ein Game, dass ich, dass wir beide Gold sind dann. Ist das frustrierend, dass wir, dass wir nicht Gold sind. Ich bin kacke, ich bin gestorben irgendwie. Ich dachte, die wären low. Da bin ich's. Da ist einer wieder, der lebt da auch. Okay, dann mal kurz vorbeischauen. 4 zu 60. Bro, wie moved der denn bitte? Vorsicht. Ja. Cracked. Auch low. Hast du? Sehr gut. Die Leute spielen so verwirrend teilweise. Da vor uns im Chipse. Ja, ich seh die, ich seh die. Ich geh da rein. Der ist hier. Hast du ihn? Nope. Hab daneben geschossen. Dead. Hab den anderen auch. Nice. Die goldene Pump macht gut Damage, ne? So, wo sind die anderen? Sind ja nicht mehr viele, ne? Hier, hier, 50. Cracked. Jetzt hat er tried. One Shot. Hast du bekommen? Ja, hab ihn, hab ihn. Da ist aber noch einer, ne? Ich wollte, wenn, hier hinter dem Berg. Kommen die? Oh mein Gott. Hab ich. Ja, dass du gestorben bist, ist natürlich unlucky jetzt, ne? Wir wollen den Chuck Chuck poppen jetzt. Sniper in Zero-Belt ist schon ein bisschen bodenlos. Soll ich den noch wiederbeleben? Ich glaube nicht mehr. Obwohl, doch ein Lazy. Ja, außer ich werde jetzt halt auch mies weggesnipen, ne? Also hier vorne, der Baum. Chimma, 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 chimma. Ich snipe den. Bro, was macht der, ist der FK? Dead? Noch einer. Ah, ist den. Komm her, komm her. Willst du den holen? Das ist den Busch, das ist der Busch. Das ist der Baum, das ist der Baum. Das ist hier, das ist vorne, das ist vorne. Das ist so ein Bot. Oh, Headshot. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Epischer Sieg in Bronze. Das war noch kein echter Spieler, Bro. Ich weiß nicht, was das war, Digga. Was war das? So, welcher Rank kriege ich, Alter? Easy, easy. Ich bin Silber. Oh Mann, ey. 20 Baum, erster Pflaster und Silber, Digga. Das ist Bonus. Ja, bereit machen, wir müssen noch eine Runde gewinnen. Wer lockt? 30. Bro, als ob er mich so fickt. Ich habe mir 5K, ich habe alles getroffen. Also, was ihr von mir wollt, ihr Hater? Ich habe gerade einen 20-Kill-epischen Sieg geholt. Jetzt kommen wir direkt in den Tilted wieder rein, ne? Ich glaube, ich drifte, ich komme, komme, komme. Hier oben ist ein Busch, ne? Siehst du den? Ja. Nee, hast du den Sniper mit? Nee, wir schießen einfach so ab, Digga. Bro, du bleibst aber immer stehen, Alter. Der hat jetzt mal gefinished, oder was? Ich vergesse jedes Mal den Sniper, Jonas. Das ist ein Busch neben dir, ne? Also, das ist oft... Da, wo ich gestorben bin, das ist so ein Busch. Oh, na ja. Mehr getroffen als daneben geschossen, das ist alles, was zählt. Der Schiff, sie fighten welche. Okay, let's go. Zehn. Let's do it. Nice, gut job. Hier ist ein Gold, ein Heavy-Sniper und ein episch Spaß. Ich weiß nicht, ob Spaß so krass ist. Ist nichts Spaceless. Außer, dass du einen good attack mitnimmst. Hm, die Sniper nicht mit? Äh, doch. Glaub schon. Ich guck, Gastronomater, ich muss erst Gold hitten, bevor ich den Cup spielen kann. Ich war nicht Gold in Zero-Build. Ich dachte, das ist ein Build-Cup, tatsächlich. 190. Ah, Digga, es klettert. Erst One-Shot, 140. Das ist ein, das ist ein, das ist ein. Das hier, das hier. Ja, bodenlos, ey. Besser auf, links, links ist hier, ne? Nein. Ach, schade. Oh, Mann, Alter. Scheiße. Egal, gibt es trotzdem Punkte, oder? Boah, es hat nicht mehr für Gold gereicht. Das ist frustrierend. Wir machen noch kurz Gold. Zumindest machen wir mit mich Gold. Du musst dich dann selber auf Gold hochspielen. Ja, Bro, ich bin auch. Das war es auch mit mir, glaube ich. Oder? Boah, ich weiß nicht, ob ich das überliebe. Bro, die haben schon alles. Ich bin tot. Ich bin tot. Die hatten schon alles. Die hatten schon alles. Also wirklich alles. Überall Serien, Explosionen, Alter. 15 Leute, keine Chance. Losse. Yo, gefickt. Bodied den Wichser. Ich war gerade so im Chill-Mode. Soll ich das? Okay, ob ich jetzt hier sterbe oder nicht, ist scheißegal. Aber mal treffe ich einfach alles. Was soll ich machen? Das Schicksal sucht man sich halt nicht aus, ne? Der Beste zu sein. Erstmal den Jug-Jug rein, Alter. Schön Kamm in mein Gesicht. Uah, 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 uah. Oh mein Gott. Ja, ich bin Hurensohn, Alter. Ey, diese Waffe ist auch scheiße, Alter. Die Waffe ist so rotz. Tonys fucking AFK, der Wichser. Bei dem spiele ich nie wieder. Auf einmal geht der AFK. Jemand camp bei mir? Eieiei. Ist Bug gewesen, ist Bug. Nein, nein! Deiner Bastard, Alter. Nein, sie muss sich auf HP. Oh mein Gott. Schade, schade, schade. Oh mein Gott. Egal, ich bin Gold. Ich bin Gold, ich bin Gold, ich bin Gold. Okay. Oh, Leute, greasy. Greasy. Du droppst aber auch immer early, ne? Du weißt, desto früher du rausspringst, desto mehr Leute sind automatisch dabei, ne? Ja, und? Das ist wie, wenn du Tilted droppen würdest und sagen, hör, wie so landen die Leute in Tilted. Also, Schade, schade, schade. Und dann kommt schon mal hier, ne? Ich bin Gold. und jetzt Ans graf.